Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Diese Woche starten wir mit was Kleinem, und zwar mit der Rusky Group, der Tough Sling 2. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann seid ihr bei mir in guten Händen. Den Flugzeugtypen kannte ich nämlich vorher auch noch nicht. Soll angeblich zwar einer sein, der regelmäßig und in großer Anzahl von Flugschulen als sogenanntes First Training Aircraft verwendet wird, aber ich hab da ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Anyways, der Developer Rusky hat das Ganze für den X-Plane 11 umgesetzt, und zwar ziemlich detailliert, so wie es ausschaut. Angeblich ist da sogar ein komplettes Failure-Modell mit dabei, sodass man alles Mögliche basierend auf den realen Prozeduren des Fliegers ausfallen lassen kann, den Motor, den Prop, die Reifenplatzen, irgendwelche Tanklicks und noch eine ganze Menge mehr. So interessante Sachen wie ein Walkaround oder eine manuelle Betankungsfunktion sollen dann ebenfalls mit von der Partie sein. Außerdem sei der Flieger nach neuestem Standard sowohl gemodelt als auch texturiert worden, sodass er nicht nur ohne Kanten, sondern auch in 4K und mit PBA daherkomme. Er habe dann ebenfalls ein reales Soundpack dabei, das vom realen Flugzeug aufgenommen worden sei, und wo wir gerade bei real sind, angeblich sei dieses Flugzeug von realen Piloten testgeflogen und für gut befunden worden, aber was das über das Flugzeug aussagt, das weiß ich auch nicht. Falls euch dieser kleine Flitzer interessieren sollte, könnt ihr ja mal im X-Plane Augsdorf vorbeischauen. Da kostet er 27,95 Dollar, was umgerechnet nach derzeitigem Wechselkurs 23,76 Euro entspricht. Bitte achtet aber darauf, dass das Ganze natürlich Wechselkursschwankungen unterworfen sein kann. Und dann gibt's Flight Factor, und zwar genauer gesagt deren 777, 777 V2, um es dann noch exakter zu machen. Die 777 V2, die von Flight Factor auch gerne als 777 Reborn bezeichnet wird, befindet sich, das hatten wir auch in den letzten News schon, seit ca. 8 Monaten in Entwicklung. Einer der Entwickler hat da sogar ein Type Rating für gemacht, also für die reale 777, ob das jetzt allerdings irgendwas mit der Entwicklung zu tun hat, bleibt wahrscheinlich im Ungewissen. Es gibt jetzt jedenfalls einige neue Bilder von dem Flieger, die einerseits die Systeme zeigen, und zwar genau genommen das mittlere ICAS-Display, wo man verschiedene Dinge aufrufen kann, so zum Beispiel Maintenance Pages oder die elektrischen Systeme des Flugzeugs. Andererseits gibt es allerdings auch Bilder von außen zu sehen, wobei ich dazu sagen muss, dass die nicht besonders viel aussagen. Einerseits sind es nicht viele, und andererseits zeigen sie das Flugzeug aus interessanten Perspektiven. Dinge, die ich dabei gerne gesehen hätte, sieht man in diesen Bildern leider noch nicht, so zum Beispiel die Engines oder die Wing-Vorderkanten in etwas größerer Aufnahme. Allerdings sollte man hierbei auch nicht vergessen, dass sich der Flieger wahrscheinlich noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet, das heißt also, dass diese Bilder durchaus noch nachkommen können. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der Entwicklung und von den Bildern, vor allen Dingen von denen des Außenmodells, denn da hat Flight Factor ja in der letzten Zeit ein wenig nachgelassen. Was die Systeme angeht, mache ich mir eher weniger Sorgen, aber das Außenmodell, das war zumindest so bei der 767 und der 757, einer der großen Schwachpunkte von Flight Factor. Ich hoffe deswegen, dass sie mit der 787 und der 777 wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne machen, denn der ist aus meiner Sicht nötig. Die Wing-Vorderkanten und die Engines zum Beispiel genauso wie deren Träger, das war etwas, was mir bei der 767 und 757 überhaupt nicht gefallen hat. Demzufolge würde ich mir natürlich wünschen, wenn das in den nächsten Umsetzungen, zum Beispiel der 777 und der 787, deutlich besser gelöst wäre. Schreibt mir, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Eure Meinung interessiert mich brennt, ich freue mich drauf. Die Kamsin Studios haben wir dann heute ebenfalls im Programm. Ich weiß leider nicht, ob man die wirklich so ausspricht. Theoretisch könnte man die auch Kamsin Studios nennen, aber das nur als Nebensache. Die haben jedenfalls einen Helikopter herausgebracht, und zwar die SA-315B Lama. Dieser Heli wurde vor einiger Zeit entwickelt, um in sogenannten Hot and High Environments eingesetzt zu werden, das heißt also in großen Höhen und bei hohen Temperaturen. Er wiegt recht wenig, kann aber trotzdem eine ganze Menge Gewicht transportieren und somit auf bis zu 4600 Fuß immer noch gerade havern. Zumindest sagt das Wikipedia. Die Umsetzung von Kamsin fechert angeblich Folgendes. Ein hochdetailliertes 3D-Modell, das nach aktuellsten und modernsten Standards erstellt worden sein soll. Hochmoderne 4K-Texturen, die ebenfalls mit PWA versehen seien. Eine hochmoderne Animationstechnik, die unter anderem auch Blade Flex ermögliche. Damit ist gemeint, dass sich die Rotorblätter ebenfalls nach oben biegen können. Ein hochqualitatives F-Mod-Soundpack. Eigene Achsen und eigene Knopfbelegungen. Die Avitap-Integration, VR-Kompatibilität und FPS-Freundlichkeit. Ob das dann so stimmt, denn das hier sind ja nur die Entwicklerangaben, ist natürlich eine Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss. Die SR315B Lama kostet im X-Plan Augstore 32,95 Dollar. Das sind nach derzeitigem Wechselkurs 28,01 Euro. Bitte beachtet aber auch hier, dass das Ganze natürlich Wechselkursschwankungen unterworfen sein kann. Und wenn wir uns dann in Richtung MSFS begeben, kommen wir am Phoenix nicht vorbei. Und zwar genauer gesagt am Phoenix A320. Von dem gibt es jetzt ein 50 Minuten langes Video, in dem die pneumatischen Systeme, das heißt die Druckluftsysteme, gefeatured werden. Dieses Video darf ich ja aus copyrightrechtlichen Gründen nicht zeigen. Ich habe es euch aber in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr euch das selber mal anschauen. Und zum MSFS an sich gibt es dann auch noch zwei Sachen, nämlich einerseits eine Expansion und andererseits ein Delay-This-World-Update. Aber der Reihe nach kümmern wir uns zuerst um die Reno Air Race Expansion. Beim Reno Air Race handelt es sich um ein mit etwas älteren Flugzeugmodellen ausgetragenes Luftrennen, das mit bis zu 500 Meilen pro Stunde in der Nähe des Bodens geflogen werden könnte. Das heißt also, dass die Flugzeuge nicht nur extrem schnell sind, sondern auch ziemlich nah am Boden. Unter anderem fliegen die da mit P-51D herum und ähnlichem. Und genau dieses Reno Air Race soll jetzt auch in den MSFS gebracht werden, und zwar als bezahltes Update. Das heißt also, dass es eine Expansion wird, die man sich extra dazukaufen muss, wenn man sie denn haben möchte. Allerdings gibt es bisher nicht besonders viele Informationen dazu, weswegen ich euch nur sagen kann, dass es kommen soll und dass es bezahlt wird. Aber wann es herauskommt oder wie viel das kostet, ist zum derzeitigen Punkt leider völlig unbekannt. Aber falls es da irgendwann einmal neuere Informationen zu geben sollte, könnte sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Es gibt aber noch mehr Neuigkeiten, nämlich unter anderem auch zum kommenden World Update 6. Das World Update 6 wird sich nämlich hauptsächlich auf die sogenannten deutschen Lande konzentrieren. Das heißt also auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darin enthalten sind eine ganze Menge Sehenswürdigkeiten, so zum Beispiel Helgoland und noch eine ganze Menge mehr. Die Liste ist ziemlich irrsinnig lang. Deswegen führe ich die hier jetzt mal nicht alle auf. Außerdem hat sich Asobo dazu gedacht, dass man ja mal ein wenig was anderes machen könnte. Das heißt also, man hat einfach mal ein neues Flugzeug entwickelt, das man allerdings zusätzlich kaufen muss. Das Ganze wird Local Legends genannt und behandelt Flugzeuge aus den Orten, die mit dem World Update zu tun haben. In diesem Fall also zum Beispiel aus Deutschland, deswegen hat man sich hingesetzt und eine U52 designt. Ja, ihr habt richtig gehört, eine U52, also ein, in Flugsimulatoren zumindest aus meiner Sicht recht ungewöhnliches Fluggerät. Das Flugzeug sei in real mit einem hochauflösenden 3D-Scanner vollständig gescannt worden. Das ermögliche ein hochauflösendes 3D-Modell im Simulator. Die Texturen sollen ebenfalls hochauflösend sein, PBR mit 4K und eine ganze Menge anderem Schnickschnack. Angeblich hat man sich sogar mit dem Enkel von Hugo Junkers zusammengesetzt, das heißt also mit dem Enkel des Konstrukteurs der U52. Kostenlos wird es die U52 aber leider nicht geben. Sie soll 14,99 Dollar kosten, das sind nach derzeitigem Wechselkurs 12,74 Euro. Und damit war es das auch schon wieder. Dieses Mal ein wenig kürzer, aber es müssen ja auch nicht jedes Mal 45 Minuten sein. Und manchmal kriege ich das dann auch in die News auch mal regelmäßig zu bringen. Ich hoffe, dass das in Zukunft auch klappt. Hau dafür einmal, dreimal auf den Tisch und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten News oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin habt einen schönen, sonnigen und nicht so wie hier verregneten Tag. Bis dahin macht's gut.